Jeden Tag gehen wir unserem Alltag nach. Arbeit, Zuhause, Familie. Äffchen, hefft alles nach. Arbeit, Zuhause, Familie. Schon wieder ein Albtraum. Ich verstehe nicht, wieso du dir keine Hilfe holst. Weil die sagen, wir haben das eine Einbildung. Aber genau so ist es doch auch. Bitte wache auf. Ich glaube, diese Träume sind ein Zeichen. Was etwas Schreckliches kommt wird. Haben Sie das gesehen? Machst du Witze? Natürlich. Was ist das? Alles da oben! Hast du das gesehen? Sie wollen uns auslöschen. Bleiben wir hier, werden wir sterben. Was da draußen passiert, hat sich schon vor sehr langer Zeit angekündigt. Ich kenne die Zukunft. Du musst mir vertrauen. Dir passiert nichts. Sie kommen wieder. In deinen Albtraum. Siehst du, wie sie uns töten. Äffchen, hefft alles nach. Was ist das? Nein, nein, nein. Was sind? Ich weiss, wie sie uns töten. Wir finden uns um. Wir machen uns. Wir müssen uns. Wir kennen uns. Untertitelung des ZDF, 2020